Was kann ich von Magdenum? Hahahaha, ein bisschen Geld. Hallo Leute, dazu können wir ein paar von Game of Tycoon. Wir haben viele Fans, fast eine Million. Und schätzungsweise eine Million werden wir Falling-Toten rausbringen. Ja. Dialoge, also Level Design kann hoch. Künstlichen Shedians brauchen nicht so super doll. Dialoge kann ein bisschen höher sein Rollenspiel. Bisschen doll höher. Künstlichen Shedians muss so... Ja, so ist gut. Ah, es ist so schön zu sehen wie alles gut läuft mit eurem Geld. Der Hype geht auch höher. Warte eigentlich nur auf eine Anfrage von einem... von einem... nicht Marketingtyp, sondern von einer Presse. Die dann fragen, ob wir ein Interview haben können. Mhm. Spielwert Design, da kann ich dich... Nein, das ist zu krass. Ähm... Okay, sorry. Anders kann ich da nichts machen. Äh... Sound kannst... Du kannst Grafik übernehmen. Sound kannst du übernehmen. Das kann oben bleiben. Spielwert Design, Grafik kann ein bisschen runter. Sound kann hoch. Rollenspiele, Orchestralia, Soundcheck ist wichtig. Mhm. So. Genau. Okay. Und so lasse ich es jetzt. So kann ich nichts mehr dagegen machen. Aber jetzt steht fest, wie das Spiel wird. Ah. Das funktioniert auch wieder super mit dem Design und Technologie. Oh. Neue Höchstleistung. Äh, Höchst bei Technologie. Schön. Bugs bitte entfernen. Was ich noch cool finde, wenn es irgendwas geben würde, wie extrem groß oder riesig und sowas. Auch alles, was man bei der Welt machen kann. Okay, super. Beide mal Rekorde. Ne Rekorde. Äh. Okay. Okay. Vor allem Toten. Äh, Toten. Oh, warte, warte, warte. Was hab ich gerade bekommen? Forschung. Selbst deine KI. Super. Und Forschung, erweiterte Physik. Was wird so aus dem Floppen? Ah. Das ist wundervoll. Das ist wunderschön. Hervorragendes Spiel. Mehr bitte. Fantastisch. Und. Muss man haben. Wie gesagt. Die, die Millionen, äh. Die Millionen werde ich noch bekommen. Okay. Tadadadadadadadadada. Das ging schnell. Das ging sehr schnell. Es ging wirklich sehr schnell. Spielrecht erstellen Für die Wonie Die neue So schön Und ich wette so in den ersten 3 Alter Das ist gerade das Spiel, was mir am meisten Geld anbringt Das ist ja verrückt Und es wird mir noch Ich habe gleich die 10 Millionen Entschuldigung Nicht wirklich so Der Mann verkauft ohne die Hilfe eines Publisher 10 Millionen Schön Die Meinung 10 Millionen Wunderbar Grafik für die Art von Spielen sehr wichtig Ähm Wenn ich jetzt meinen Publisher Auftrag finde Ähm Evento Rollenspiel Vampir Rollenspiel Irgendein Thema Ubisoft Ähm Na Strategie Okay Strategiespiel Entwickle ich gerne Hm Tue ich nicht Weil es ein Strategiespiel ist Okay 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 Wenn es sich Entwickle Äh Auftrags So was nicht so Ähm Publisher finden Nämlich das von Invento an War das nicht gerade ein Vampir Rollenspiel Ähm Ich will gar keine Publisher annehmen Ah Ein Millionen Fans Schön Ähm Riesenmessestand Ich bin auch auf Platz 1 Mein Geld ist Ich habe gleich die 5 Millionen geknackt An Geld Äh 500 Millionen Ah schön Alte Spiele Engine Äh Ich habe eine kleine Anzahl von Pension 8 Verschenken Ist doch klar Weil Was sollen sie schon mit der Spiele Engine anfangen Also jetzt mal ehrlich Was sollen sie mit der Spiele Engine anfangen Das ist ja nur Alte Spiele Engine Die bringt doch nicht mehr viel Und 20.000 Fans Okay Nicht alle meine Standards Haha Ich frau mich auf den Platz 1 Wer nicht angeben Das wars Trotzdem Das wars Gar nicht gut Und Es geht wieder Huuuch Schön Irgendeine Forschung Thema kann ich Gut dann mach ich Dann forsch ich ganz kurz noch Schule Und nimm dann den Invento Auftrag an Dööööööööööööö Okay, Publisher, Invento, Schule und 4, Schule und 4, Schade, Erwacht, ist das, das ist ein, ähm, ähm, okay, kann ich nicht, das kann ich nicht machen, hab ja gerade erst zum Spiel rausgebracht, ähm, gut, Fortsetzung für, Som City kann ich ja, ich meine für Som City, ähm, Som City, Som, Minus City, ich weiß, Som City, ähm, Fleisch essen, nein, Som City, Nevehome, Nevehome, Plattform wählen, na, die, da, da und, ha, weißt du was, war die Nextbox war nicht irgendwie, gut, irgendeine Engine auswählen, keine Ahnung, wo, wo war die richtige Engine, genau, Genau. Da 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 da. Mm 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 mm. Gut, Stroke Fisk dann runter. Gameplay kann hoch. Mm 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 mm. Und du mal. Marketing müssen wir auch wieder hochtreiben genug Geld hätte ich ja und selbst ein Flop zerstört ja nichts akzeptieren, was ist los? ein neues Spiel mehr auf Dialoge, mehr auf Sound ja, Sound Einheiten, super ich bin reich ja, es sind alle andere Leute auch so das ist so gut und so ja so würde ich sagen, kann ich es raus Level Design gut so ist doch gut ich könnte wieder Hype ein bisschen höher gehen das nervt mich gerade etwas aber egal das ist ja nicht so super schlimm der Hype wird ja trotzdem gut werden was war das gleich für eine riesige Zahl ich muss erst mal kurz kusten da 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 Nachrichten die Play System habe ich ein Spiel für die Play System entwickelt? so hm mach du mal das Krise und damit er irgendwas hier zu tun hat so ist doch gut aber vergessen zu anzuschneiden ich hoffe mal ich bekomme 3D Grafikfolium 6 bald mal wäre schön da 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 wenn man sich das ganze mal anschaut ein Wasserspender wo irgendwie niemand drangeht da irgendwie viel zu klein ist wie die Leute hier mh 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 kann da halt nicht mal auf 100 gehen mh 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 m Oh, schön. Ja, was Großes. Mia, bitte. Sehr gut. Sehr unterhaltsam. Und... Ich liebe es. Es dürften... 8,25 sein. Ja, 8,25. Und... Oh, schade. Ähm. Und die Almea ist aber auch so erreicht. Und da ist sie. Ja, Almea Yon, Sam City. Schön. Ich muss einen neuen Farming Simulator entwickeln. Ha. Okay. Gut. Könnte ihr ganz viel Satz von Spielsitzel wichtig zu sein. Großartig. Großartig. Äh, großartig. Okay. Warte, kann man irgendwas Neues forschen? Habe ich es mit dem Forschen jetzt irgendwie durch? Ach, ich forsch' jetzt mal alle Themen durch. Spion forschen. Transport forschen. Detektiv forschen. Komödie. Da... Äh, 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 äh. Ein großer Messestand. Es geht klar. Weißt du was? Ähm... Ich entwickle mal ein neues Spiel. Okay. Okay, das wollen wir mal was. Ähm, hier hab ich... Äh... Wollte spielen schon stehen. Wieso? Du wirst ein Spiel erstellen, oder? Ähm... Ne, ein Spiel erstellen. So. Spiele entwicklen, oder? Fortsetzung, Spieler fortsetzen, ich hab Fortsetzung. Ähm... Ich glaub die Oplimpics. Ähm... Hm... Hm... Dann figg ich mal nochmal... Äh... Für... Hansor... Drei... Ich hab Hansons... Oh, das ist Hamos... Groß. Haaa... ein großes Spiel und Plattform da ist ein Rollenspiel Abenteuer Nein, ein Rollenspiel Abenteuer, ich kann nicht umgekehrt so PC wo wo danach erstelle ich ein ganz neues Spiel, so halt eine neue neue Engine, wie immer neue Engine ich glaube so muss groß so würde ich mal so sagen so mach ich das jetzt mal da 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 schon wieder immer das Gleiche ich habe hier ist nicht immer das Gleiche also es ist immer der gleiche Erfolg immer die gleichen Brüte, die da sind dieser hat mich auch noch überwundert, das wäre gut danke so würde ich mal sagen ja, so geht das doch ach ne Leute das muss nicht sein nicht genau jetzt alter, wo sind der Unterricht die sitzen so, so ach man das wird sowas von verkacken bei Spielen äh ähm ok ok hm so so will ich sagen hm ich kann ich kann nichts dafür machen, dass ich da äh soms in your home die Bugs entfier ok hm gut ähm dann darf ich fertig werden es gibt keine Phase mehr, genau ha schön ähm aber ich glaube das wird kein so riesiger Erfolg, das Spiel ok ok äh äh ich kann dagegen doch nichts machen, wenn ich grad ein Spiel entwickle ah dabei kann ich ja noch nicht mehr entscheiden, ob ich das möchte oder nicht so ähm ähm schön kalt erhöhe ok ich brauche einen Grundsprecher ähm urlaub 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 spielentwickern da ah verdammt ok hm nicht das beste Spiel ja sehr unterhaltsam und ok das ist ok für mich das ist ok für mich weil die Millionen wird's wie immer ganz klar wird schaffen hm wird auch ein finanzieller Erfolg wieder ähm hm 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 ja wie immer nehmen wir die Millionen, geht das super leicht Forschung hm 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 irgendwie muss ich 100 Punkte erreichen hm weil du da mal erst nochience und hm 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 ok ja ich weiß alle auf ein Thema konzentrieren Ok hm auf haben wir gut finden hm hm men hm Ze tun wir das zu schauen und bis zum nächsten Part Dieses schon 1 und so eine Mute das gäbe gar nicht ciao